Dieser Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der silberne Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Einparkhilfe, ESP, Klimaanlage und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 39.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford auf Lager Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis BesterIE Bester Preis Bester Preis